Hallo liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es begrüße euch Gustavo Moreno Morales. Seid willkommen zu einem neuen Beitrag von Gustavo unterwegs. Ja, Gustavo unterwegs, weil ich hier in Berlin bin. Und worum es geht bei diesem Beitrag werden wir jetzt gleich erfahren. Ja, dafür habe ich hier, oder wer habe ich hier? Hi, guten Abend. Hi, ich bin Henning. Henning, ja genau. Und Henning, was läuft heute hier in der Universität Humboldt in Berlin? Ich habe gerade hier in der Uni, in einem Raum, einen Vortrag gehalten und dann Austauschrunden gehabt. Es ging um Klimakatastrophe und den Widerstand dagegen, dass die Regierung das noch schlimmer macht. Die letzte Generation. Ja, und warum geht es genau bei diesem Vortrag heute? Es ging zuerst darum, dass wir wirklich einfach in eine Situation rasen, in der unsere Gesellschaft das bald nicht mehr aushält, dass es immer heißer wird und heißer wird, weniger Essen da ist, mehr Kriege da sind, weil einfach immer mehr Fossiles verbrannt wird und immer mehr die Klimakatastrophe voranschreitet und dass es bald nicht mehr so einfach ist, die noch weiter aufzuhalten. Wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Jahre entscheiden. Und dann haben wir auch gesagt, was kann man machen? Und da glauben wir eben, es ist nicht nur mit dem Finger zeigen, wer fährt wie viele Kilometer mit dem Auto und so weiter. Das ist ein Trick der Ölindustrie, dass wir uns gegenseitig fertig machen wollen. Aber es geht eigentlich darum, dass wir die ganze Gesellschaft ändern, weil es muss die ganze Gesellschaft geändert werden, dass die ganze Wirtschaft geändert wird und nicht mehr Leute weiter Öl bohren, mehr, 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 sondern dass wir sagen, was brauchen wir eigentlich und wie schaffen wir es, dass unsere Kinder noch leben, dass wir noch leben. Und wie wir das politische System dahin bekommen, dass das passiert, da haben wir dann über zivilen Widerstand geredet, also auf die Straße setzen und vielleicht auch von der Polizei mitgenommen, eingesperrt werden. Und was wir da fordern, ist, dass die Bundesregierung sagt, einige Schritte kann man sofort machen. Man kann sofort ein Tempolimit machen. Man kann sofort ein billiges Ticket für die Bahnen machen. Ein 9-Euro-Ticket, das war super beliebt, das kann man einfach wieder machen. Sozialgerechte Schritte, die sofort wirksam sind, wo Mehrheiten das wollen, aber einige in der Politik nicht. Und dann sagen wir, man kann auch mehr machen, einen großen Plan zu erstellen. Denn da vertrauen wir nicht mehr, dass das die Regierung gerade gut schafft, weil die hat viel zu viele fossile Projekte weitergemacht und sagt jetzt immer noch, man will fossile Projekte in verschiedenen Ländern machen, Fracking-Gas holen, man will weiterhin, dass über Jahrzehnte noch langsam, langsam und wir müssen eigentlich schnell sein. Und deswegen sagen wir, es sollte so ein Gesellschaftsrat, eine Runde von ganz normalen Menschen, nicht BerufspolitikerInnen, sondern ganz normalen Menschen, die aber so zusammengestellt sind, wie Deutschland auch ist. Da sind alte, junge Männer, Frauen und diverse, da sind alle Leute quasi, so wie die deutsche Bevölkerung auch aussieht, aber halt 150 Leute zusammen, 160 Leute zusammen und die können zusammen überlegen, was ist der Plan. So kann die Person, die vielleicht als Polizistin arbeitet, der Mensch, der in der Supermarktkasse arbeitet, Rentner, SchülerInnen und so, zusammen überlegen, was ist der Plan mit den Fakten und mit einer sozialen Gerechtigkeitsvision. Und die sollten dann sagen, wo es lang geht. Genau, wie kann so ein Gesellschaftsrat repräsentativ sein? Genau, das ist mit der Möglichkeit, dass man Leute lost, statt sie zu wählen. Erstmal ja was, was wir jetzt nicht unbedingt bei uns kennen. Wir sind viel mit dem, ja, man muss wählen und dann darauf hoffen, dass bitte die Leute im Parlament das machen. Ursprünglich ist das aber tatsächlich in der Demokratiegeschichte überall schon gewesen, das Los. Einfach, weil es sehr fair ist. Du kannst keine Korruption bei dem Los machen. Du kannst nicht sagen, ah, dann werde ich wieder gewählt oder dann werde ich irgendwo Wirtschaftsposten bekommen oder sowas, sondern du bist einfach gelost. Du bist gerade noch normal im Beruf und dann machst du eine Zeitlang Politik und dann wieder nicht. Wie kommt das bei der Regierung an? Ja, die Regierung sagt einerseits, sie findet es gut, dass Bürgerinnen mehr gehört werden, aber sie findet es nicht gut, den Bürgerinnen zu vertrauen. Man würde lieber wollen, dass man am Ende selber da die Entscheidung hält. Und das kann man ja verstehen. So viele Dirty Deals, wie mit fossiler Energie gemacht wurden von der Regierung, möchte sie nicht, dass das schnell beendet wird. Möchte sie nicht, dass das plötzlich viel schneller geht, als man es bisher gemacht hat. Sie möchte den Kurs nicht ändern. Wir wollen aber, dass der Kurs geändert wird und wir wissen, dass in solchen Gesellschaftsräten, wenn wirklich die Fakten mit den Kipppunkten auf den Tisch kommen, dass die dann etwas ändern wollen. Deswegen sagen wir, was da rauskommt, ob das denen passt oder nicht, das sollte unser Plan für die Zukunft sein. Die Regierung sollte vorher sagen, was da rauskommt, ist ihr wichtig. Sie wird das auch machen und umsetzen. Und natürlich braucht es Leute auf der Straße, die sagen, passt auf, es muss sich was ändern. Kommen wir langsam zum Schluss. Ihr seid hier, also letzte Generation seit Mittwoch, letzte Woche mehr oder weniger konzentriert hier in Berlin. Was sind die Pläne dabei, warum so jetzt in Berlin allein? Wenn so viele Menschen zusammenkommen, dann hat das eine neue Power. Hier ist die Hauptstadt, hier sitzt die Regierung. Das Ganze ist jetzt schon in der Debatte nach ein paar Tagen, sodass alle darüber sprechen. Und was wir brauchen, ist nicht nur, dass darüber gesprochen wird, sondern dass etwas passiert. Aber das wird erst passieren, wenn wir genug sind und wir sind gerade am Wachsen. Ich weiß nicht, ob wir genug sein werden. Ich weiß, dass wir alles geben werden. Gut, okay, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke auch. So, liebe Zuschauerin, liebe Zuschauerin, ich hoffe, es war interessant für euch. Ja, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Hasta la próxima. Ciao. 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 Ciao.